Stimmt, mit dem würde ich ja gleich sowieso noch eine Runde drehen. Das ist irgendwie unheimlich, das ist sehr, sehr unheimlich. Wie findest du die Spillen bis jetzt? Ich weiß es nicht. Also eigentlich mag ich sie ja, aber ich weiß es nicht. Hallo Zuret, schön, dass du da bist. Trotzdem, ich geh jetzt in den Locken. Mach das, Luna, mach das. Ich will zumindest mal ein bisschen von der Liste abarbeiten, die ich hier habe. Dann ein paar Dailies machen und dann ein bisschen Hauptstory machen. Also von allem etwas heute so ein bisschen. Ich muss mich da unbedingt wieder dran setzen hier. Vor allem an die beiden Sachen. Aber ich habe gar nicht. Auf Hauptszenario habe ich den Bock. Wo muss ich denn eigentlich? Und ich will, stimmt, die Vögel will ich ausprobieren nochmal. Und sind von Tordam getrunken. Eher von Nithok. Eher von Nithok. Tordam war doch nicht ganz so schlimm dann. Es zielt sich in Grenzen. Es zielt sich in Grenzen. Es zielt sich in Grenzen. Sagen wir es mal so, ich habe mich eher gefreut. Ich finde die toll. Ich habe einen Fugie. Ich freue mich da immer noch so mega drüber. So. So. Zähnchen. Schwer war das noch? Warte mal. Ja. Ich will da gar nicht rein. Ich will da gar nicht rein. Ich will da gar nicht rein. Ja, ich will da gar nicht rein. So. Fliegen wir einfach nochmal ein bisschen. Stimmt, Top Story ging ja auch noch nicht, weil das, der dieses Einzel-Immi-Dingens hat schon größter. Es heißt, gucke ich mir erstmal meine Vögelchen weiter an. Oh, ich liebe den Schleck. Ich könnte jetzt hier stundenlang übrigens rund fliegen. Ist euch das bewusst? Okay. Da mal gucken. Das hier ist gerade verfügbar erstmal. Ich will mal hier schauen. Ich weiß ja nicht, wann der Feld mal da ist, aber nicht. Die Vögel sind toll. Am Ende komme ich wieder schneller hin, als ich... Wenn sie möchte. Was ist das? Ja. Achso. Nein. Nein, 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 nein. Es wird angefangen. Nein. Ja, einmal Blutangst. Ähhhhh. Ich sollte mich vielleicht auch nicht unbedingt direkt hinten reinstellen. Das war etwas sehr dämlich. Ja, das war ich. Ich komme direkt zu Swayan. So, da ist schon natürlich von ihm gleich voll eins drauf. So, da ist schon ein Wettbewerb. Ehm ich werde schon wieder tot am Boden Okay, ich habe ihn Ja, ich werde sterben Ja, ich werde sterben Ja, ich werde sterben Ja, ich bin gestorben Das war eine sehr, sehr blöde, 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 blöde Idee Wir sagen einfach mal nichts Ich werde froh auf eine halbe Ewigkeit Das hier könnt ihr nur abgeben, ne? Das hier könnt ihr auch nur abgeben Ich möchte das mal nicht Wie haben wir das ab? So lange, wie wir warten Was habe ich eigentlich? Warte mal Wo würde ich den noch überall draufklicken? Ja, doch habe ich Sehr gut Ja, das hier muss ich auch noch weitermachen Das habe ich Das habe ich Hallo, Alexander Ich dich nicht mögen Gibt ja immer was Ja, Gordius, episch Für mich Was ist das? Oder für fremde Darstellungsfahne Sag, als lässt du dein Erlebnissen in Alexander Gordius liebster Form erneut erleben Alles aber bitte nicht das Klar, ich bin am überlegen Will ich das wirklich nur um Glitzerwaffen zu kriegen? Was hat ihr noch zum abgeben? Was ist da? Hier, da muss ich die Dinger abschließen Das machen wir jetzt Ich frage mich, was das hier ist Das muss ich noch alles abgeben Was ist das hier? Mal kurz gucken Während wir warten Wie gesagt, ich würde sagen Danach machen wir kurz einmal die Hauptquests Das hier fertig wird, die eine Dann können wir auch während der Wartezeiten So nochmal ein Quest zu machen Also vor allem wenn ich kurz vor einer Ewigkeit stehe Verdammt Na ne Am sichersten Platz überhaupt stehen wir So bekreuzter vor Liegt das auf schweren Scheiße Käfer Aber die Musik ist schön Magischer Krischer Ja Gute Ja Ich bin Ja Ich bin Nein, tobende Gremlins. Eigentlich nicht. Hallo, Drifter. Aber eigentlich, eigentlich habe ich keinen 80er. So rein, irgendwie so desus. So blieb ich, dass ich wüsste. Äh, ja. Also ich habe den Tänzer. Oder Tänzer auf 62. 62, glaube ich. 62 oder 63. Den Baden auf 67. Ähm. Den Weißmaier, glaube ich, auf 38. Und den Tänzer hier auf 26. Die anderen alle auf 1 oder... Die sind drin. Die Schmetterlinge, ey. Aber ein 80er Schar wäre schon schön, ja. Hätte ich nichts gegen. Aber so weit bin ich noch nicht. Dämpfeinde. So weit bin ich sicher. Dämpfeinde. Dämpfeinde. Dämpfe. 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 Wenn ich mir irgendwas hier passiert, aber ok. Ich bin nur noch ein Kumpel, aber es ist ein Kumpel. Das war's für heute. Eckehaftes Frieder Fraterviech. Eckehaftes Frieder Fraterviech. Eckehaftes Frieder Fraterviech. Eckehaftes Frieder Fraterviech. Ich glaube, ich muss wieder nachher zu kommen. Äh, noch voll genommen, hab noch mein erstes. Sehr cool. Ich hoffe, ich meine, dass du das alles verpflegst. Ruf dir die Daumen. Jo, bei mir war es soweit. Und gut. Ab dem Morgen so ein bisschen verpennt. Und ja, jetzt bin ich schon seit bald 4 Stunden wieder am Stream. Deswegen... eigentlich alles gut. Muss gleich nur noch eine kleine Essensbestellung an Frischus rausgeben. Hier nach. Und dann... Kann es weitergehen. In aller Ruhe. Wobei ich heute wirklich versuche, nicht so lang zu machen, weil ich morgen einfach so viel aufstehen will. Muss. Deswegen muss ich gucken, dass ich heute wirklich immer nicht so lang mache. Villereise. Ja. Na Schüttel. Ja. арger. Wie schickte ich denn um 5 Uhr schlafen? Nee, das wäre echt zu spät. Nee. Ich will heute wirklich so zwischen 22 und 0 Uhr für dich im Bett sein. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen und das werden wir auch noch nicht schaffen. Weil ich habe morgen den Hund. Und das wäre einfach sehr ungünstig, wenn ich die Gassizeiten verpennen würde. Ich glaube, das kommt nicht so gut. Sonst darf ich gewisse Experimente aus dem Wohnzimmer wegwischen. Und da ich morgen auch noch Buchhaltung und so weiter machen muss. Äh. Mittwoch kann ich wieder lang machen. Mittwoch kann es von mir aus gerne wieder einen langen Stream geben. Aber heute geht das leider nicht. Ich weiß nicht, dass ich noch mal schlafen habe. Ja, das kannst du gern machen. Das kannst du gern machen. Wenn man das sagt, habe ich den Hut nicht, wahrscheinlich. Okay, alles klappt. Okay. Ähm, also ich bin tatsächlich selbstständig, beziehungsweise mache ich mich gerade selbstständig und, ja, bin gerade dabei, ein eigenes Trapport aufzumachen. Und, ja. Hallo Daddl, das kann ich gleich erst machen. Wir sind gerade in der Innis. Hier ist uns gerade ein bisschen schlecht. Hier kann ich leider jetzt gerade mal nicht aufstehen. Ich hoffe, es geht dir gut Daddl. Eine Menge Arbeit, ja. Ja. Aber macht Spaß. Macht Spaß. Meine Maus, glaub meine Maus. Naja, was kommt denn jetzt? Naja, kommt jetzt der Boss? Jo. Oh. Wenn's zu Mist. Oh je. Ich auch ein fürchterliches. Hm, geht's gut. Ich habe mein Stück hier auf der Fuß. Rücke frei, rücke frei, rücke frei. Sehr geil Daddl. Glückwunsch. Äh. Ich gehe im Weg Richtung, muss ich gehen. Ach, alles wartet auf mich. Da ja, ich bin da. Also, mir geht's sowas sehr gut. Daddl. Kann mich nicht beklagen. Das wird, ja, nicht alles gewiesen werden. Ich, die mal wieder alles zu spät zieht. Okay, das war's auch noch nicht. Ich lebe immer noch. Das wird meine Dribbe. Das ist meine letzte Phase. Das wird so neben meiner Treppe zu machen. Weil Paulus jetzt drüben wird. Echt? Na, Engel sind die ganze Meis. Weil der hier ist schon cool, ja. Aber... Ach. Wer ist mir zu sagen lustig, der Engel hier. Puh. Er schafft. Wobei die Kristalle sind da echt cool drin. So. Huch. Ach ja, jetzt bin ich ja hier. Äh... Okay, das kann ich immer da machen. So, und jetzt mach ich einmal kurz die Kniebeugen. Hm? Hm? So, und dann will ich einmal ganz kurz an den Frischuss meine Essensbestellung geben. Habe ich in der Zeit noch... Ja. Da kann ich mich wirklich noch überlegen, was ich essen möchte. Huch. 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 Knurre den Frischuss. Das mach ich sowieso. Mach ich sowieso. Jetzt kann ich das wie in Sorens wieder. So. Jetzt geht das auch wieder mit meinem Knie. Ähm... Wo kann ich das alles abgeben, was ich abgeben will? So, das mach ich einmal noch kurz. Uh, da geh ich ganz kurz hoch. Huch. Oh, das hast du ja gemacht. Ich hatte etwas bedenkt wegen deinem Knie. Jetzt war zwei Sekunden. Oh, alles gut. Was? Achja, das hier ist ja für... Warte mal. Wenn ich gerade mal hier bin... Kann ich das so einmal annehmen. Einmal... Einmal... Regenner. Äh... Wäre vielleicht ganz... Ganz nützlich. Wenn ich die Klassenquest für meinen Weißmaier mal annehmen würde. So. So, ich bin gleich wieder da. Ich hab mich jetzt glaube ich entschieden, was ich essen will. Also... Bis gleich. Und wie gesagt, ich knuddel. Bis gleich. 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 Bis gleich.